Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dinosys Survival. Oh, hier haben wir wieder eine kleine Waffe. Einsammeln, hallo? Oh. Nein, was ist hier los? Warum geht das nicht? Wir holen uns nochmal ganz kurz was Fleisch. Oh, Leute. Ich hab ernsthaft schon alle Waffen voll? Scheiße, ich würde die hier einsammeln. Nein. Ach, egal. Egal. Da haben wir mal einen kleinen Speicherpunkt gesetzt. Aber hier hinten geht's auf jeden Fall weiter. Wenn man mich hochlassen würde. Ja, oh, ich glaub, wir sind richtig. Ja, wir sind halt einfach mal richtig. Irgendwo hab ich... da. So, der ist down. Wollen... Wollen... ... ... ... ... So, dann kann man erst mal wieder Fleisch fahren. Ah, ich weiß jetzt halt nicht, wie man die Waffen hier loswirbt. Oh, lol. Ich habe herausgefunden, wie man Sneaken tut. So, wenn ich jetzt noch herausfinde, wie man die Waffen fallen lässt, wäre ich glücklich. Nein, ich habe wieder... Oh, bin ich bescheuert. Aber anscheinend kann man die Waffen nicht fallen lassen. Hä? Nee. Schade. Ich dachte, die kann man irgendwie fallen lassen. Aber dem soll wohl nicht so sein. So, ganz kurzes Fleisch, damit ich wieder ein Lagerfeuer machen kann später. So, hier haben wir Eier. Hier geht es nicht lang. Ich muss versuchen, an den Raptoren vorbeizukommen. Hakkarik. Hier geht es nicht lang. Ich habe sie wohl auch innen. Ich hoffe, es kommt nach dir. Es bleibt. Lachst oro. Eier ist nicht sein. Das war ja. Da hatte ich definitiv mehr Schwein als Verstand. Oh, man kann hier außen rumrennen. Interessant. Ach du Scheiße. Ja, nee, wir gehen wieder rein ins Labor. Wir brauchen ja dieses Messgerät. Was heißt, ich werde wohl bei der Pumpgun bleiben. So, wir gehen wieder rein. 2 down. Ich kann die Waffen hier aus irgendeinem Grund nicht einsammeln. Jetzt stellt sich mir die Frage, warum? Das ist doch die gleiche Pumpgun, die ich hier habe. Das ist jetzt definitiv seltsam. Ja, dann gucken wir uns jetzt mal rum hier. Ob wir irgendwas finden. Was? Was? Okay, da scheint nichts drin zu sein, aber was war das für ein Geräusch? Alter, leck mich am Hintern. Ja, check aus das Lagerhaus. Du Idiot, bei so einer grässlichen Musik, die gerade kam, äh, okay. Was passiert jetzt? Es ladet. Ich glaube, es hat sich aufgehangen. Hm. Ja. Gut, dann werde ich die Folge jetzt hier beenden, ähm, so wie es aussieht, hat sich das Spiel gerade aufgehangen. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye, bye. Amen. Oh. Gott. Was ist das? Grazie. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020